So, da sind wir wieder, in einer neuen Folge, und wir schauen mal kurz, Folge 42 sind wir jetzt, glaube ich, von Oddworld New & Tasty, achso, wir sind hier noch wieder am Anfang wieder, ne? Alles klar, alles klar, dann müssen wir anscheinend wieder erstmal dafür sorgen, dass wir hier die, äh, Sloks töten, ne, die Hündchen, und danach kümmern wir uns mal um den Rest. So, genau, irgendwie hier, warte mal, wie läuft das? Alla, mh, ne, 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 da müssen wir nochmal neu dran. Hallo, uch, jetzt hau ich das Mikro schon. Das muss nochmal besser gehen. Der muss natürlich die ganzen Viecher natürlich auch kaputt knallen können. So, dann machen wir gleich kurz einen Zwischenspeicherstand, das müssen wir natürlich wieder machen. So, äh, Dadowns. Mal die A-Taste spammen. Zwischendurch speichern wir mal schnell. Nicht, dass wir es gleich vergessen. So, nochmal speichern. So. So, tatatata, tatata. Yo. Was, was für ein Schritt müssen wir denn da gehen? Können wir auch wieder den hier machen, ne? Der ist natürlich, äh, den haben wir gestern auch so gemacht, aber, äh, ich weiß nicht, ob der... Genau, siehst du, dann passiert nämlich irgendwann das. Dann will ich nicht so. Wir müssen da wohl doch nochmal ein Schrittchen... ...durch dort gehen. Alter, schieß doch mal direkt, ohne Witz. Aber gut, wir haben ja Zwischens gespeichert, also von daher, was soll's. Jonge. Du sollst schießen. Ach so, ich weiß gar nicht, ob ich renne. Ähm, ja, keine Ahnung, Alter. Ich muss das, ich muss das nochmal ein bisschen festen. So. Lol, der hat mich... Äh? Hat er mich jetzt schon erwischt? Null! Wie soll der denn klappen? Ne, 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 auf keinen Sinn. Äh, ich muss, glaube ich, so und dann muss ich jetzt echt nochmal rennen. Alter, du sollst doch schießen! Du sollst einfach nur schießen, oder? Weißt du, ich glaube, ich versuche mal meine eigene Taktik, ey. Das ist mir sonst so blöd. So, hier kommt nämlich Arschbad erst raus. Ich spame die Arthrasse so krass, wie es geht's! Scheiße, er hat mich erwischt. Äh, ja gut, dann, äh, gucken wir, dann warten wir erstmal, bis die ganzen Viecher jetzt hier rauskommen. Und dann, äh, bomben wir die einfach wieder weg. Kommt da auch nochmal was raus hier? Da ist dann eigentlich noch rot. Oder? Ja. So, dann würde ich sagen... Nein, 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 Quatsch! Das ist eine ganz böde Idee. Sprengen wir uns mal komplett in die Luft, lol! Ähm. Ja, scheiße, ich will die auch eigentlich nur in Ruhe wegkriegen, aber das klappt nicht so wirklich. Ah, jetzt, 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 jetzt könnte es was werden. Ich bin gerade zu weit gelaufen, das war, glaube ich, die Geschichte. Dann machen wir nochmal einen Zwischenspeicherstand, damit das auch läuft. Dann können wir jetzt alle in Ruhe wegknallen, na, das macht sehr viel Spaß. Meine Güte, das hat jetzt auch wieder vier Minuten gedauert. Und, um zu diesem Zeitpunkt zu kommen, äh, äh, Quatsch, Punkt zu kommen, wo wir gestern auch schon waren. Macht nichts! So, das Ding ist jetzt nicht mehr am Leuchten. Ich weiß nicht, wie es da hinten aussieht, da sieht es jetzt auch gut aus. Na, hier, dann können wir eventuell hier auch schon mal... Ne, ich weiß nicht. Ich glaube, ich spreng mich jetzt erstmal so in die Luft. Speichern, äh, speichern, 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 so, okay. So, dann befreien wir uns hier mal, befreien wir hier mal unsere Kollegen. So, und, rein mit euch. So, speichern, jetzt können wir hier die Kollegen raus. Okay. Ich kann ja mit denen, glaube ich, auch irgendwie... So. Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Nein, 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 nein. Oh. Okay, jetzt sind wenigstens die Bomben mit draufgegangen. Das ist ja schon mal ziemlich cool. Ah, da hinten ist auch so einer. Der ist wunderbar. Oh, oh. Hauptsache, ich kriege die Hunde mit da unten. Ja, geil, geil, geil. So. Oh, da ist auch einer! Wo kommen die denn alle her? Ha! Wo kommen die denn jetzt alle her? So, okay. Dann kann ich den, glaube ich, in die Luft sprengen. Kann ich hier, glaube ich... Hatte ich Sprecher mal ganz kurz. Passiert denn noch irgendwas? Nee, hier kommt nichts mehr raus. Dann kann ich den auch noch mal eben kurz mir holen. Und den auch mal kurz wegspringen. So, dann sind wir vollständigkeitshalber auch dann hier mit ihm fertig. So, ich hätte gerne noch mal hier so ein... So eine Karte, um zu sehen, wie es jetzt überhaupt aussieht. So, ähm, Mudokon-technisch. Wir haben gerade noch zwölf Stück. So. Das sieht so aus, als hätten wir hier gerade eine Maschine ausgestellt. Wow. Okay, jetzt hat er zumindestens mal die Hauptschaltung ausgeschaltet. Läuft bei ihm, würde ich sagen. Dann kämen wir jetzt auch dort quasi runter, ne? Können wir hinten noch irgendwas machen? Ich schaue nochmal ganz kurz zurück. Nö, alles cool. Ja, dann müssen wir wohl da hinten hin. Wie viele Mudokons mussten wir da noch retten? Sechs waren das gerade noch, ne? Da haben wir jetzt drei. Da haben wir jetzt nur noch drei fehlen uns. Okay. Dann hoffe ich mal, dass wir das noch hier irgendwie klar machen, ne? Part 42 sind wir, glaube ich. Bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Konferenzraum. Ui. Ich bin mir noch nicht sicher, ob da jetzt irgendwo Opfer stehen. Das wäre natürlich nicht so optimal, ne? Hier können wir nicht lang. Okay. Hallo? Hier können wir... Hier können wir... Wählen wir wahrscheinlich eins nach unten. Hä? Toll. Lol. Okay, einer lebt noch. Nee, mehrere leben noch, aber das ist nicht so schlimm. So, kommt hier noch irgendwas? Ja, war klar, dass ich den Shutter nicht aktivieren kann. Aber das wäre auch so lustig gewesen. Wetter mal eben kurz nach oben. Lol, ist jetzt hier eine... Lol. Ist jetzt hier so eine Selbstzerstörung oder was? Alter. Äh, so, so. Ey, wollen die mich verarschen? Das ist denn jetzt hier für eine Scheiße ab im Stüssel. So. So, okay. So. Hüpf, hüpf. Speichern. Äh. Lol. Hm. Okay, das war zu nah. Wie soll das denn klappen? Wie soll man denn dadurch... Äh. Habe ich noch irgendwelche... Ach so. Das ist doch auch nur so eine Scheiße, ne? Kann ich denn im Hüpfen rollen? Ich hüpf doch da immer wieder in diese Scheiße rein. Ah, nee, warte mal. Vielleicht kann ich doch da kurz davor hüpfen. Ähm, nee, das klappt nicht. Muss noch einen Schritt weiter gehen. Okay, alles klar. Ähm, ein Schritt weiter. Nee, das ist vielleicht zu viel. Das ist auch zu viel. Okay, ich verstehe. Ja, das ist jetzt hier viel ausprobieren, muss ich sagen. Ei, 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 ei. Ich würde ja verrückt werden, wenn das da... Äh, wenn das jetzt hier immer... Ähm... ...mit's neu ausprobieren wäre, ne? Hallo? Ja, so. So. War ich nicht gerade schon richtig? So. Da wurde ich jetzt erwischt. Alter, ohne Witz. Das ist so nervig, dass ich da immer wieder starten muss, ne? So. Speichern. Das heißt, hier bin ich jetzt durch. Das heißt, hier kann ich jetzt nicht noch... ...stehe ich noch nicht ganz sicher, also muss ich noch... ...weiter. Das heißt... So. Okay. Speichern. Ähm... Hüpf. Alter, was ist das dein Ernst? Ich muss jetzt so und dann irgendwie... Ja, ja, okay. Ungefähr so ist es aber gemeint. So, und dann... So. Und dann noch ein Stück weiter. Nein. Sollen wir das denn 1,50 schaffen? Oh, ne Witz. Haaa. Da kann man ja ein bisschen leicht verrückt werden. War das schon wieder so eine... Ja, so ist auf keinen... Ah, ich geh nur mal nur ein, zwei Schritte mal zurück. Mal gucken, was dann passiert. Ah, das ist... Da muss man wahnsinnig schnell hin und her zurück. Ah, das finde ich nicht so geil. Ohne Witz. Ja, allein schon sich hinknien klappt nicht. Alles klar. Ah, es hat... ...mein 8 fast geklappt. Oder ich hüpfe danach direkt weiter. Weißt du? Nein. Oh. Ähm. Ja, ne. Das klappt nicht. Das klappt auch nicht. Das klappt auch nicht. Zu schnell zurückgehen. Auch nicht. Ist das eine nervige Passage. Hm. Nein. In die falsche Ecke gesprungen. So. Dann muss ich da einen super schnell Schritt nach... ...zurück gehen, ey. Das ist echt wahnsinnig schwer. ...hardcore nervig vor allem auch. So. Lol. Ähm. Vielleicht kann ich auch da in diesem Fleischscheiß bleiben, ne? Ich hab keine Ahnung, Alter. Ohne Witz. Ach, Gott sei Dank ist die Zeit auch jetzt gerade um. 15 Minuten, ne? Der Part ist vorbei. Meine Güte, meine Güte. Keine Ahnung. Ich glaub, ich, äh, weiß nicht. Ich versuch's nochmal ein bisschen. Und dann, äh, äh... ...sehen wir uns sowieso im nächsten Part wieder. Und dann können wir mal gucken, ob wir dann, äh, auch weitergekommen sind. Und, äh, dieser, äh, komischen Falle da mal entrunden sind. Das ist ja ein Albtraum. Also, Miene, dann diese Runterteile, diese Fleischerteile. Unglaublich. Naja, äh, äh, wir sehen uns dann, wie gesagt, im nächsten Part wieder. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.